Also dann, los geht's, viel Spaß mit Leverkass! Denk an die Blumen für deine Frau, denk an die Blumen für deine Frau, sonst lasst sie dich nicht hin, sonst lasst sie dich nicht hin. Schaff deiner Frau einen Rosenstrauß oder eine Orchidee, bis ich einen Augen schmaus, Hauptsache bunt und schön. Denk an die Blumen für deine Frau, denk an die Blumen für deine Frau, sonst lasst sie dich nicht hin, sonst lasst sie dich nicht hin. Kauf ihr schöne Margaritain, schöne Margaritain, dann zeigt sie dir auch ihre Augen. Denk an die Blumen für deine Frau, denk an die Blumen für deine Frau, sonst lasst sie dich nicht hin, sonst lasst sie dich nicht hin. Denk an die Blumen für deine Frau, denk an die Blumen für deine Frau, sonst lasst sie dich nicht hin. Sonst lässt sie dich nicht hin Kauf ihr Blumen Und wenn du das nur für sie machst